Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Heute wollte ich euch eine ganz tolle Partie zeigen und die hat gespielt, Vichy Anand gegen Jules Lauthier und die Partie ist relativ bekannt, weil es eine der schönsten Gewinnpartien von Vichy Anand ist, aber es ist auch eine tolle Partie, um ein bisschen zu erklären, wie kann man gegen die skandinavische Verteidigung spielen oder warum die skandinavische Verteidigung so ein bisschen schwierig sein kann. Zu den Spielern, Vichy Anand, ja sehr berühmt, Ex-Weltmeister, geboren in Matras, Indien, der Tiger von Matras wurde er auch genannt. 1995 hat er ein ganz berühmtes Duell gespielt, ein WM-Kampf gegen Kasparov im World Trade Center, ganz toller Wettkampf er führte sogar, hat aber am Ende doch eine Niederlage einstecken müssen, das war in dem Verband, den Kasparov gegründet hatte, das war ja so eine Konkurrenzveranstaltung zur FIDE. 1997 hat er ein FIDE-KO Turnier gewonnen, WM-Turnier gewonnen, der Sieger von dem K.O. Turnier hat sich dann aber bloß qualifiziert, um gegen Kasparov zu spielen und wenn man dann vorher dieses K.O. Turnier durchspielt und dann drei Tage später einen WM-Kampf dann gegen Kasparov spielen muss, das ist natürlich hart, er hat es noch 3-3 geschafft, aber hat dann im Stechen 2-0 verloren, die FIDE hat das dann auch geändert und hat dann K.O. Turniere gemacht, der das K.O. Turnier gewonnen hat, der war dann einfach der FIDE-Weltmeister und das hat er dann 2000 geschafft, da wurde er dann FIDE-Weltmeister gegen Alexei Schiroff und ja, danach wurde es ein bisschen ruhiger, hatte er schon weiterhin große Erfolge, Turniererfolge. Der größte Erfolg war dann aber 2007, da hat er dann das K.O. WM-Turnier gewonnen, zum Beispiel vor Kramnik und wurde dann Weltmeister und da war es ja auch wieder vereint. Da gab es nicht mehr zwei Verbände, da gab es einen Verband und da war er dann Weltmeister und seinen Titel hat er danach dann auch verteidigt. Erst gegen Kramnik erfolgreich, dann gegen Topolov und am Ende noch gegen Gelfand. Gegen Gelfand war es schon ein bisschen schwierig, das war dann im Stechen und 2013 hat er dann gegen Magnus Carlsen den WM-Titel verloren, ausgerechnet in seiner Heimatstadt Chennai und er konnte dann auch 2014 im Rückkampf, konnte auch nicht den WM-Titel zurückgewinnen, sondern Magnus Carlsen hat wieder gewonnen. Er ist ein faszinierender Schnellschachspieler, er hat klassische Partien oft so schnell gespielt und auch so gut gespielt, dass die Gegner ganz irritiert waren. Ab und an hat er auch mal Fehler eingestreut, wenn er zu schnell gespielt hat. Jules Nautier, in Kanada geboren, hatte eine japanische Mutter und galt so als Schach-Wunderkind und schoss hoch, er war dann wirklich zu seiner besten Zeit ein Top 20 Spieler in der Welt. Höchstes Rating war im Jahr 2002 2687 Elo, also ein sehr starker Spieler und 2002, da waren die Ratings ja auch noch ein bisschen niedriger, also da war er wirklich ein sehr guter, starker Spieler. Spielt inzwischen nicht mehr klassisches Schach, ich glaube sein letztes richtiges Turnier oder seine richtigen Turnierpartien waren 2009. Er ist aber als Schachfunktionär noch sehr aktiv und er hat auch versucht oder versucht Shogi populärer zu machen, die japanische Schachvariante. Die Partie ist aus dem Jahre 1997 und die skandinavische Verteidigung kennt ihr ja, E4 und dann spielt Schwarz D5. Und ich möchte es hier aus der Sicht von Weiß zeigen, weil es mir darum geht, zu zeigen, wie kann man denn als Weißer am besten gegen Skandinavisch spielen. Was sind so die Schlüsselzüge, was sind die Hauptvarianten, auf die ihr vorbereitet sein solltet, wenn ihr ein E4 Spieler seid. Natürlich werdet ihr dann hauptsächlich andere Verteidigung sehen, aber skandinavisch ist gerade so im Vereinsschach ungemein populär, auch zu Recht, denn in dieser Stellung hier gibt es im Grunde nur einen Zug, der für Weiß gut ist. Alle anderen Züge hat Schwarz sofort Ausgleich und es gibt hier im Grunde nur einen Zug, man muss schlagen. Als Weißer einfach schlagen. Dame schlägt zurück. Jetzt ein Tempo auf die Dame mitnehmen. Und wo geht jetzt die Dame hin? Was sehr populär geworden ist, ist die Dame D8 Variante. Das ist aus meiner Sicht aber die schlechteste Variante, die Schwarz spielen kann. Ein Schlüsselzug für Weiß, den man sich merken sollte, wenn man auch Vorteil spielen will, ist D4. Schwarz entwickelt. Den anderen Springer entwickeln und jetzt muss ich schwarz irgendwas überlegen mit seinem Läufer. Wenn er den zum Beispiel nach G4 spielt, das ist eine Spielweise, die kann man machen, dann greift man den an und jetzt zurückgehen wäre schon ein Fehler, weil man dann angegriffen wird und weiter angegriffen wird. Also Schwarz muss hier im Grunde tauschen. Spielt C6 und wenn wir uns das anschauen, hat jetzt Schwarz den weiß-felderigen Läufer abgegeben. Das ist auch okay, weil die Bauern sollen nachher auf weißen Feldern stehen und dann möchte man den Läufer behalten. Aber man hat hier als Weißer jetzt das Läuferpaar. Man wird also langfristig in einem Endspiel auch Vorteile haben. Man hat hier eigentlich keine Probleme. Man kann hier Figuren besser entwickeln. Und das ist ganz angenehm für Weiß. Deshalb ist hier beliebter für Schwarz C6 zu spielen. Aber hier kann man jetzt entwickeln. Und hier ein wichtiger Zug, den man sich auch merken sollte. Man kann den Springer nach E5 bringen. Macht gleich hier ein bisschen Druck. Schwarz deckt das. Und das sieht jetzt so aus, als hätte Schwarz das erreicht, was er erreichen wollte. Er hatte eine Karokan-Struktur. Und er hat sich Ausflüge mit der Dame gespart. Also er ist gleich mit der Dame zurückgegangen. Und deshalb ist diese Dame, die Acht-Variante, eben sehr beliebt. Aber die funktioniert eben nur gut, wenn Weiß sich auch nicht so auskennt. Und hier hat Weiß eine starke Fortsetzung. Und wenn die Weiß kennt, dann wird es eben schwierig. Und deshalb ist es eben keine gute Variante quasi im Vergleich zum Karokan. Weil im Karokan ist man ja nicht mit der Dame hier rumgelaufen. Was ist das Problem? Was ist hier der gute Zug für Weiß? E4. Sieht jetzt ein bisschen aggro aus, aber es funktioniert. Weiß hat sofort einen Angriff am Königsflügel. Während der König noch hier im Zentrum steht. Und Weiß hat Entwicklungsvorsprung. Läufer geht weg. Und jetzt gleich der Nächste hinterher. Also dem wird schon mulmig hier. Der beste Zug ist hier Läufer B4. Jetzt kann man den hier befestigen. Und Schwarz kann den Läufer nicht retten. Also wenn er jetzt irgendwie sagt, okay, ich spiele H5. Dann schlägt man den einfach und geht auf den Bauern los. Und das ist natürlich jetzt strukturell, strategisch schon ganz, ganz, ganz mies gelaufen für Schwarz. Also hier hat Weiß ja schon fast eine Gewinnstellung. Jedenfalls strategisch gesehen. Also, Schwarz versucht Gegenspiel zu entfalten. Auch den gefesselten Springer. Aber den tauscht jetzt Weiß einfach weg. Und jetzt ist der Läufer gefangen. Schwarz verliert hier noch nicht so wahnsinnig viel Material. Man kann sich noch verteidigen mit einem Gegenangriff. Aber jetzt schlägt Weiß einfach. Der Bauer ist gefesselt. Schwarz holt sich das Material zurück. Und wenn wir uns das anschauen, stehen beide Könige nicht gut. Aber Weiß hat einen Bauer auf der siebten Reihe. Und deshalb ist Weiß hier eben auch im Vorteil. Und da sieht man eben, weshalb die Dame D8-Variante ziemlich bescheiden ist. Wenn Weiß sich auskennt. Wenn Weiß hier den Zug G4 nicht kennt. Dann hat man eigentlich kein Problem. Dann macht man was weiß ich. Entwickelt, macht Ruchade oder bringt den anderen Springer rüber. Tauscht vielleicht hier sogar ein. Das geht dann alles. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte unbedingt die Dame D8-Variante aber spielen. Dann hätte ich den Tipp für euch, die Variante, die ich empfehlen könnte zu spielen, die funktioniert oder die zumindest interessant ist. Das wäre, dass ihr hier sagt, okay, ich firnketiere den Läufer im Königsflügel. Die Variante ist so die einzige, wo ich sage, okay, da hat man ein bisschen was als Schwarzer. Und die Idee ist, schnell die Ruchade machen. Und wenn Weiß nicht erlaubt, dass man seinen Läufer sinnvoll entwickeln kann, dann firnketiert man den einfach auch noch. Und dann hat man ein Doppelfirnketto. Und das ist jetzt eine relativ trickreiche, interessante Stellung. Das kann man spielen als Schwarzer. Aber ihr seht auch hier, Schwarz steht auf drei Reihen. Weiß hat mehr Raum. Weiß kann die Figuren leichter entwickeln, kann die Figuren leichter manövrieren. Das sieht immer noch vorteilhaft für Weiß aus. Aber das ist jetzt so eine interessante Spielweise für Schwarz. Das könnte man spielen. Aber warum überhaupt in die Variante gehen, wenn es was Besseres gibt? Und das, was ich hier empfehlen würde, wäre Dame D6. Auch hier, das entwickelt sich immer mehr zur Hauptvariante, die Dame D6-Variante. Es ist für die Weißspieler ungewohnt. Sie kennen es vielleicht nicht. Es sind andere Stellungen, es sind andere Ideen. Und deshalb ist das eine gute Idee, wenn man sich hier mit beschäftigt als Schwarzer und hier ein bisschen Erfahrung sammelt. Als Weißer trotzdem wieder hier Schlüsselzug D4. D4 ist einfach immer der Zug, um Vorteile zu erlangen gegen Skandinavisch. Man muss Raum im Zentrum einnehmen. Ihr seht gleich auch warum. Springer entwickeln. Wenn Schwarz jetzt verhindern will, dass wir hier irgendwie mit Figuren reinkommen, dann ist es hier nicht so gut, den Läufer zu entwickeln, weil jetzt hat Schwarz doch irgendwie so eine verbesserte Variante vom Karo Kahn erreicht. Er hat seine Bauernstruktur, hat den Läufer draußen, kann den auch hier ganz gut abtauschen. Also hier könnte Schwarz zufrieden sein. Deshalb ist diese Dame D6-Variante auch interessant. Das wäre so eine ganz typische Stellung. Und jetzt kann man immer noch sagen, Weiß hat mehr Raum und so weiter und so weiter. Aber Schwarz kann sich aussuchen, wohin er die Ruchharde machen will. Aggressiv lang oder ein bisschen sicherer Schwarz. Und hier sieht man jetzt eigentlich nicht, wo jetzt der große Vorteil für Schwarz sein sollte. Deshalb ist die Variante Dame D6 interessant, wenn Weiß sich eben nicht so auskennt und ungewohnt ist. Aber hier kommt ein weiterer Zug, den ich euch einfach vermitteln möchte als Idee gegen Skandinavisch. Und das ist hier der Zug Springer E5. Das ist so ein weiterer ganz wichtiger Zug, um richtig Druck zu machen auf Schwarz. Schwarz geht den starken Springer gleich an. Man könnte den jetzt decken mit dem Bauern oder mit dem Läufer. Aber es gibt eine einfachere Spielweise und das ist die Dame einfach nochmal angreifen. Die Dame geht zurück. Man entwickelt die eigene Dame als Weißer. Hier steht sie auch nicht im Weg, weil der Springer ist ja inzwischen hier drüben. Jetzt holt man sich ein Tempo auf die Dame. Die Dame ist wieder ganz zurück. Und wenn wir uns das angucken, natürlich, Schwarz hat hier jetzt kein direktes Problem. Es droht hier keine Taktik oder irgendwas. Aber Weiß hat zwei Figuren mehr im Spiel. Kann die Figuren gut entwickeln, kommt zur Rochade. Das ist auch angenehm. Aber ihr seht, ich habe jetzt hier nichts Erschlagendes finden können gegen diese Dame D6-Variante. Und das macht sie eben so interessant. Aber als Weißer immer diese Züge im Kopf behalten, D4 und den Springer nach E5 bringen. Das sind so ganz interessante Ideen. Hier in der Partie kam die Hauptvariante. Und D4, wieder der Zug, den man sich merken muss. Schwarz entwickelt. Weiß entwickelt. Wir wangen mit den Springern an. Die Dame verschafft sich schon mal einen Rückweg. Entwickelt den Läufer. Und jetzt ist wieder die Frage, wohin entwickelt Schwarz den Läufer? Die etwas sicherere Variante ist Läufer G4. Den kann man angreifen. Jetzt ist Schwarz wieder genötigt zu schlagen. Denn wenn er zurückgeht, kommt der Bauhalter her, kommt der Springer rein. Also wird weggetauscht. Und die Dame geht mal lieber aus diesem Abzugsangriff raus, weil der Springer kann immer hier irgendwo Unheil anrichten. Und wenn wir das hier sehen, natürlich für Weiß ist es einfach hier zu spielen. Dame rüberbringen, Turm in die Mitte, am Königsflügel angreifen. Aber auch Schwarz steht ja sicher. Hat seine Nachteile, weil er gedrängt steht, aber Schwarz steht zumindest halbwegs sicher. Laut hier hat hier in der Partie die, sagen wir mal, riskantere Variante gewählt. Hat den Läufer nach F5 gebracht. Und jetzt könnte man natürlich weiterentwickeln, vielleicht kurze Hochhade machen. Aber den Zug, den ich euch vermitteln möchte und der in dieser Partie eben auch so prominent zum Einsatz kam, ist Springer E5. Und das ist so der ambitionierteste Weg, gegen Skandinavisch zu spielen. Dieser Zug. Na gut, es droht hier oben, also verhindert das. Schwarz, Schwarz hat seine Karokan-Struktur. Sieht auch alles ganz gut aus, aber was kommt jetzt wieder? Jetzt kommt wieder G4. Jetzt kommt wieder der Angriff auf den Läufer. Läufer geht weg und gleich hinterher. Der Unterschied hier ist, dass diese Idee, die wir eben gesehen haben mit F3, um den Läufer zu fangen, hier nicht funktioniert. Dann, denn es fehlt unser Springer. Und in der Dame D8-Variante. Hier sieht es ja genauso aus wie eben, bloß dass die Dame hier steht und nicht hier drüben. Aber jetzt funktioniert eben dieser Angriff auf den Läufer viel stärker mit F6, weil wir eben hier den Springer stehen haben. Und jetzt kann hier eben kein Fluchtloch geschaffen werden, weil wir jetzt eben diesen Vorteil haben. Und deshalb sieht man eben auch, weshalb diese Dame D8-Variante eben schlechter ist als die anderen Varianten. Hier kommt zurück zur Partie, also D4-Schlüsselzug und jetzt, um wirklich auf Vorteil zu spielen, der Zug Springer E5. Der Angriff auf den Läufer hat jetzt nicht ganz so viel Wirkung, weil eben die Dame noch hier ist und weil Schwarz den Springer angreifen kann. Und jetzt ist eben der Springer weg, deshalb macht der Plan keinen Sinn. Man greift den Läufer eben direkt an, aber jetzt kann der Läufer sich noch retten. Und zwar nach E4. Denn der Springer ist ja gefesselt, der kann nicht den Läufer schlagen. Also Schwarz verliert hier kein Material. Hier gibt es jetzt einen ganz lustigen Zug für Weiß. Und das ist, wie kann man den Turm retten und aus der Fesselung raus, man macht einfach die Rochade. Jetzt ist der Läufer angegriffen, muss weggehen, den tauscht man weg. Und Weiß hätte hier zwar einen etwas luftigen König, aber das Läuferpaar und schon ein bisschen Raum am Königsflügel. Also das sieht nicht so schlecht aus. Ein Anand war aber immer dafür bekannt, dass er unglaublich stark in der Öffnungsvorbereitung ist. Dass er sich da viele Gedanken gemacht hat, dass er auch viel mit Computern gearbeitet hat. Und es gibt dann so Interviews, wo er sagt, ja und jetzt sind wir hier Zug 35. Das ist jetzt die Ausgangstellung. Also da geht es dann eigentlich für ihn erst los irgendwie. Und er hat hier einen ganz interessanten Zug gespielt. Und da hat er vielleicht auch den Jules Lautea so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Turm H3. Ganz interessantes, spannendes Manöver. Ein Turmschwenk. Quasi in der Öffnung. Schwarz greift den mal an. Der Turm geht rüber. Und jetzt sieht man schon so ein bisschen, oha, der König im Zentrum. Also Schwarz sollte ja vielleicht doch jetzt die lange Ohade machen. Das wäre so das Sicherste. Stattdessen hat Schwarz sich ja hier überlegt, Moment mal. Kann ich nicht hier mit Tempo meine Figuren verbessern? Und zwar greift er den Läufer an. Der Läufer geht weg. Und der Springer geht weiter. Und dieser Springer ist gefesselt und der Turm ist angegriffen. Oh, ach du liebe Güte. Was jetzt? Turm wegspielen? Ja, wohin? Können ja nicht einfach hier weggehen. Dann kommt vielleicht der Läufer hier hin. Ach du liebe Güte, hat er Anand hier wieder zu schnell gespielt? Nein, das ist Eröffnungsvorbereitung. Und zwar, der starke Zug, den es hier gibt, ist F3. Eigentlich unglaublich, aber F3 funktioniert. Warum kann man den nicht einfach wegnehmen? Weiß schlägt zurück. Der andere Läufer ist auch gefangen. Der Läufer kommt nicht mehr raus. Schwarz hat zwar die Qualität gewonnen, verliert aber den Läufer. Kann auch einen Bauern mitnehmen. Aber jetzt hat Weiß zwei Figuren für einen Turm. Schwarz hat auch noch einen Bauern mehr. Aber die zwei aktiven Figuren sind natürlich viel, viel mehr wert als so ein Turm, der in der Ecke steht und nichts macht. Deshalb ist diese Stellung hier gut, sogar sehr gut für Weiß. Na ja, finden wir nichts anderes. Was ist denn? Dann nehmen wir einfach den weg. Jetzt verlieren wir zwar auch den Läufer in der Ecke, haben aber zumindest als Schwarze jetzt drei Bauern gewonnen. Trotzdem, Weiß hat eine Figur mehr. Und solange noch irgendwelche Figuren in der Ecke rumstehen und solange wir nicht im Endspiel sind und solange Schwarz nicht irgendwo lauter Freibauern hat, das ist der einzige Freibauer hier, ist die Stellung auch besser für Weiß. Aber hier hätte Schwarz ein bisschen Kompensation gehabt. Schwarz hat aber gesagt, na ja gut, ich entwickle einfach noch eine Figur. Und jetzt ist ja wohl alles angegriffen bei Weiß. Also das ist doch jetzt, das muss doch jetzt gut sein. Und es stellt sich heraus, dass das jetzt sozusagen ein Fehler war. Denn jetzt ist Weiß klar im Vorteil. Er greift wieder den Läufer an. Schwarz sagt sich, na gut, ich habe hier Bauern gewonnen und der ist immer noch angegriffen. Turm geht weg. Noch ein Bauern gewonnen und der ist gefesselt. Aber jetzt sehen wir schon so ein bisschen, okay, der kommt immer noch nicht in Sicherheit. Hier steht plötzlich ein aktiver Turm. Was ist mit dem König hier? Es ist eine starke Stellung für Weiß. Vor allen Dingen, wenn Weiß auch noch verhindern kann, dass Schwarz hier die Ruhade machen kann. Und hier kommt jetzt der Zug, der ist komplett verdirbt für Schwarz. Aber es ist auch schon schwierig gewesen, hier Züge zu finden. Und hier kommt jetzt ein ganz toller Siegzug. Ihr könnt mal versuchen, hier rauszufinden, was hier der beste Zug ist. Schaut mal, ob ihr so Kombinationsweltmeister seid wie Anand. Macht Pause, überlegt es euch. Versucht mal irgendwie Züge durchzugehen, die ihr eher nicht machen würdet. Es ist ein ganz unscheinbarer Zug, der hier den Vorteil bringt. Und zwar H6. Unglaublich, H6. Naja, was soll da schlimm sein, den nehmen wir weg, hat sich laut hier gedacht. Bloß jetzt kam der Zug, für den die Partie so bekannt wurde und berühmt wurde. Läufer G6. Weiß greift die Dame an und stellt den Läufer einfach irgendwo hin, wo er quasi von jedem Bauern geschlagen werden kann. Was passiert, wenn Schwarz jetzt hier nimmt? Was ist der Trick von Anand gewesen? Der Trick ist Schach. Schach. Matt. Unglaublich. Was für ein Zug. Läufer G6. Und jetzt sehen wir, warum H6 so wichtig war. Wenn er den nämlich nicht spielt. Wenn wir einfach sagen, okay, wir spielen mal jetzt Läufer G6. Ist doch der gleiche Trick. Den kann Schwarz hier schlagen. Dann haben wir zwar wieder das gleiche Schach. Wir kommen jetzt aber mit dem Läufer nicht hier rein. Weil der Bauer noch da steht. Na gut, wir können hier auch Schach sagen. Aber der blockiert. Schwarz. Kann ein Schach geben. Weiß kann hier die Dame gewinnen. Hat aber trotzdem die Qualität weniger. Und das Endspiel muss Weiß erstmal Remi halten. Also H6 ein Hammerzug. Nun gut, wenn man das ahnt, könnte man vielleicht sagen, okay, dann spiele ich G6. Aber auch hier funktioniert wieder Läufer schlägt G6. Und das hat eben Anand alles im Voraus gesehen, berechnet. Warum funktioniert das hier auch? Warum funktioniert das hier auch? Man kann wieder Schach geben. Schach geben. Und jetzt deckt dieser Bauer den Turm. Und dadurch wird es auch matt. Also unglaublicher Zug H6 und Läufer G6 hat laut je auf Garantie nicht gesehen. Völlig überrascht. Hier hat er gesehen, was Sache ist. Spielt den Springer zurück. Dadurch ist mal der Bauer jetzt nicht mehr zweimal angegriffen. Und die Dame ist gedeckt. Ja, gut, sieht doch ganz gut aus. Aber hier tauscht Weiß jetzt einfach. Tauscht weiter. Wenn Schwarz tauscht, kann er den Läufer retten. Schwarz geht zurück. Und der Läufer ist immer noch gefangen. Kommt nicht raus. Und hier hat der Schwarz aufgegeben, weil er einfach eine Figur weniger hat. Wir können noch ein paar Züge machen. Sagen wir mal, er holt sich noch ein paar Bauern. Versucht noch ein bisschen was. Aber das ist natürlich alles verloren. Also völlig zu Recht aufgegeben. Mir war es wichtig, euch in dieser Hauptvariante ein paar Ideen mitzugeben. Und zwar die eine Idee. D4. Zentrum besetzen. Und den Springer nach... Entschuldigung, ich muss so kurz husten. Und den Springer nach E5 zu bringen, sind so zwei Schlüsselzüge, um so aggressiv wie möglich gegen Skandinavisch zu spielen. Das ist so die ambitionierteste Spielweise. Springer E5 gegen Skandinavisch. Und die Idee ist hier eben, dass man schnell am Königsflügel ausnutzen kann, dass der Läufer hier steht. Und viel Druck auf diesen Läufer macht. Und das sind so ein bisschen die Probleme, dass man in Stellung kommt, die eben recht passiv sind. Und das macht eben Skandinavisch schwierig gegen starke Gegner oder gegen Gegner, die sehr gut vorbereitet sind auf Skandinavisch. Ich hoffe, das hat euch geholfen, dass ihr jetzt auch als Weißer sehr gut vorbereitet seid auf Skandinavisch. Und wünsche euch trotzdem viel Glück und Spaß, falls ihr selber Skandinavisch spielt. Aber auch als Weißer müsst ihr nicht zu viel Angst haben. Merkt euch einfach die Schlüsselzüge. Die 4 und den Springer nach E5 zu bringen. Mit vielleicht einem Bauernsturm am Königsflügel. Und dann könnt ihr viele schnelle Erfolge feiern, vielleicht so wie ernannt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017